Heute gucken wir uns Full-Page-JS an. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es darum, was wir alles mit Full-Page-JS machen können. Das ist ein sehr mächtiges Framework, was einem viele Möglichkeiten bietet und deswegen werden wir damit auch direkt anfangen. Wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas zu diesem Video habt, schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Ganz oben steht ein Link zu Discord. Dort wird euch geholfen. Ihr könnt selbst Fragen stellen, Fragen beantworten und so weiter. Aber jetzt wollen wir keine zusätzliche Zeit verlieren. Los geht's! Viel Spaß! So und los geht's mit dem heutigen Video. Heute geht es um eine Library, die relativ bekannt ist. Und zwar geht es um Full-Page-JS. Das ist eine Library, die sogenannte Full-Screen-Scrolling-Animation machen kann. Was heißt, so etwas, wenn ich jetzt beispielsweise auf dieser Seite hier einfach mal scrolle, dass wir automatisch weiter scrollen, sodass der gesamte Bildschirm ausgefüllt wird. Und das eignet sich extrem gut für Produktpräsentationen, für Präsentationen von Inhalten oder einfach, um bestimmte Themen zu vermitteln. Es ist eher weniger gut, wenn man beispielsweise komplexe Sachen erklären möchte oder sowas, sondern es geht mehr darum, etwas anzuteasen und möglichst wenig Inhalt cool zu präsentieren. Dafür ist es optimal, wenn man, wie gesagt, viele Inhalte hat. Hier drin beispielsweise noch ein Dutzend Boxen oder so. Dann ist dieses Framework, diese Library eigentlich nicht so richtig gut. Allerdings, wie gesagt, für diesen Zweck, bestimmte Informationen einfach leicht zu vermitteln und diesen schönen Scrolling-Effekt zu haben, dafür ist es wirklich gut. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr einfach und deswegen klickt hier einfach auf diesen Download-Button. Den Link zu dieser Live-Demo im Prinzip findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da wir uns heute nur angucken, wie man diese Library richtig verwendet, beziehungsweise wie man sie auf einer eigenen Webseite verwenden kann, gibt es heute keine Live-Demo von mir, weil ihr alles im Prinzip hier seht. Beziehungsweise, wenn ihr euch den Ordner runtergeladen habt, kriegt ihr ein solches Verzeichnis im Prinzip. Und hier sind eigentlich nur zwei Ordner wirklich wichtig. Einmal, für jeden, den interessiert, den Pure JavaScript-Ordner. Allerdings ist dieser noch gewaltig verbuggt. Wer natürlich gerne selber mitentwickeln möchte, kann sich hier immer umsehen und vielleicht selbst ein, zwei Zeilen dazuschreiben. Das andere, was es gibt, ist die Example-Seite. Und zwar hier findet ihr jede Menge verschiedene Versionen, diese Library im Prinzip, was man damit alles machen kann. Und wer das wirklich nutzen möchte, sollte sich hier mal durch Alle durchklicken. Das werde ich in diesem Video jetzt nicht machen, weil es sonst einfach den Rahmen sprengen würde. Was aber das Wichtigste ist, ist dieser Dist-Ordner hier oben. Und zwar hier brauchen wir einmal die Full-Page-Min-CSS und die Full-Page-Min-JS. Diese beiden Dateien sind eigentlich die beiden wichtigen, die ihr braucht. Der ganze Rest ist irrelevant. Deswegen schließe ich das hier jetzt auch. Und das hier machen wir auch einfach mal klein. Und zwar das Erste, was ihr hier seht, ist einmal meine Entwicklungsumgebung. Und heute arbeiten wir mit einer Index-HTML, in der alles liegen wird. Dann haben wir eine Function-JS. Diese ist aktuell noch mehr oder weniger leer. Wir haben hier die Full-Page-Min-JS schon mal eingefügt in dem JS-Ordner. Und in dem CSS-Ordner haben wir im Prinzip die Full-Page-Min-CSS und die Style-CSS. Die Style-CSS hat schon ein paar Werte drin, dazu komme ich später. Aber als erstes gucken wir uns an, wie die Index an sich aufgebaut ist. Und das Erste, was wir hier haben, ist unsere CSS-Dateien. Ganz oben ist die Full-Page-Min-CSS, darunter unsere Style-CSS. Dann haben wir hier unsere Diff-Boxen im Prinzip. Und zwar einmal haben wir eine Diff-Box mit der ID Full-Page. Das ist so aus deren Demo übernommen. Ich empfehle bei sowas, also wenn man Libraries nutzt, am besten immer die Standard, also die standardisierten Klassen und IDs zu nutzen, die auf den Beispielseiten auch genutzt werden. Was heißt, wenn später mal jemand mit der Seite arbeitet, den ihr vielleicht nicht kennt, weil ihr nicht mehr da seid oder den was anderes macht oder was auch immer, dann im Prinzip kann der sich relativ schnell einlesen. Deswegen ist es immer ganz gut, die Standard-ID und Klassen zu nutzen, auch wenn man theoretisch andere nutzen könnte. Hier drin befindet sich dann jeweils eine H3. Das habe ich im Prinzip auch hier gestylt, dass die H3 halt zentriert ist. Und hier unten haben wir gesagt, eine ID mit Headline. Diese hat Display-None, das ist diese ID hier. Warum das so der Fall ist, werde ich gleich noch erklären. Hier drunter findet ihr im Prinzip einmal jQuery, müssen wir verlinken für Full-Page-JS. Dann halt Full-Page-Min-JS und unsere Function-JS, wo später unsere ganzen Einstellungsgrößen definiert werden. Ihr könnt bei diesem Library natürlich so viele Sections anlegen hier, wie ihr möchtet. Es können zwei sein, es können aber auch 300 sein, wobei ich dann davon abraten würde, weil es dann doch relativ unübersichtlich wird, glaube ich. Also man sollte hier so ein gewisses Gleichgewicht behalten. Grundsätzlich geht es heute aber hauptsächlich um JavaScript. Und zwar werden wir jetzt hiermit etwas bauen. Und als erstes brauchen wir, um Full-Page zu benutzen, einfach den Befehl Full-Page. Was heißt, wir sprechen die ID, die wir hier definiert haben, diese Box jetzt an und sagen einfach Dollarzeichen, Klammer auf, Anführungszeichen, Raute, ID. So sprechen wir die im Prinzip mit jQuery an und sagen dann hier Punkt Full-Page, weil das die Hauptfunktion dieser Library ist im Prinzip und haben damit unseren Screen schon initialisiert. Allerdings würden wir jetzt noch nicht sehen in unserem weißen Beispiel, weil hier drin im Prinzip auch nur weiße Schrift liegt. Deswegen werden wir jetzt mit Full-Page unsere Klassen noch etwas, also unsere Sektion stylen. Dafür schreiben wir Sections und hier sagen wir Color. Und Sections Color ist ein Array im Prinzip, ein Array aus Farbwerten. Das heißt, wir brauchen hier die eckige Klammer an beiden Seiten und dann einfach ein String, Komma, String, Komma, String, Komma und so weiter mit verschiedenen Farbwerten. Am Ende machen wir wieder ein Komma, speichern das Ganze ab, aktualisieren und zack, unsere gesamte Sache funktioniert schon, außer dass wir hier im Prinzip noch nichts sehen, beziehungsweise hier ist keine Headline. Das hat damit zu tun, dass genau diese Headline im Prinzip mit Display of None steht. Ansonsten, wie gesagt, haben wir jetzt hiermit schon mal die Farbe gestylt. Ihr müsst natürlich nicht hiermit die Farbe stylen. Ihr könnt auch ganz einfach beispielsweise hier eine Klasse reinschreiben und an dieser Klasse eine Background-Color mitgeben oder Hintergrundbilder damit definieren. Aber ihr könnt im Prinzip das alles auch in der Function JS machen, was wir in diesem Fall gemacht haben. Das nächste, was ich ganz nett finde, ist im Prinzip, wir können einen Ease-In bzw. Ease-Out-Effekt nutzen. Und dazu schreiben wir jetzt einfach Ease-In und dann CSS3 und fügen jetzt hier einfach eine CSS3-Cubic-Function ein. Zack, hier ist sie schon. Und eine Cubic-Beser-Kurve im Prinzip, dazu habe ich in der Vergangenheit schon mal ein paar Videos gemacht. Das ist einfach eine Verlaufskurve, wie praktisch eine Animation sich verhalten soll. Wie ihr auf diese Zahlen hier kommt, das ist alles nicht so leicht. Einfach Cubic-Beser-Generator oder sowas eingeben. Da könnt ihr euch die online generieren lassen im Prinzip und fügt dann hier einfach die Werte ein, die euch gefallen. In meinem Fall, wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere und scrolle, dann bounce das Ganze so ein bisschen. Was heißt, ihr seht, dass das Ganze erst so ein bisschen weiter hochscrollt, als es eigentlich ist und dann wieder runterfällt. Ihr könnt das natürlich ändern, wie ihr Lust und Laune habt. Allerdings finde ich diesen Effekt eigentlich ganz witzig. Natürlich, wenn man jetzt beispielsweise mehrere dieser Oberflächen hat, können wir das Ganze auch endlos gestalten. Das heißt, wenn man ganz unten ist, kann man wieder oben anfangen. Das Wichtige ist, euer Inhalt muss passen. Das heißt, wenn ihr eine Loop-Funktion benutzt, aber ganz unten im Prinzip an einem Deadend seid und wieder nach oben scrollt und es einfach wieder von vorne beginnt beispielsweise, das ist nicht hilfreich. Praktisch ist es, wenn man beispielsweise seine Leistungen oder so etwas vorstellt und das Ganze einfach endlos durchlaufen kann, dann ist das Ganze praktisch. Aber das grundsätzlich umzusetzen, geht sehr simpel. Und zwar schreiben wir hier einfach Loop Top und sagen hier einfach True. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und aktualisiere und nach oben scrolle, dann lande ich ganz unten. Wenn ich nach unten scrolle, passiert allerdings noch nichts. Was heißt, ich brauche einen zweiten Loop, und zwar Loop Bottom. True. Speichern, aktualisieren. Ich scrolle nach oben und es landet unten. Ich scrolle nach unten und es landet wieder oben. Was heißt, damit haben wir jetzt schon mal so eine Endlosschleife gebaut und wir können jetzt durch die Gegend springen. Wir haben jetzt gerade nur vier Sektionen. Da ist eine Navigation relativ einfach. Wenn ihr beispielsweise fünf oder sechs oder sieben oder acht habt, dann wird es langsam unübersichtlich und der User möchte vielleicht gezielt zu bestimmten Sektionen springen. Das Ganze gewährleistet eine Navigation. Und das Ganze kann diese Library ziemlich einfach. Und zwar sagen wir einfach Navigation und sagen hier True. Das Ganze speichern wir jetzt ab und haben hier einfach so ein paar Punkte. Diese könnt ihr freigestalten, wie ihr Lust und Laune habt. Dazu müsst ihr theoretisch einfach nur hier oben auf Documentary klicken, also auf Docs. Und hier ist im Prinzip alles erklärt, was ihr wissen müsst, was ihr könnt. Das heißt, alle Optionen und so weiter. Also ihr könnt hier im Prinzip alles machen, was ihr möchtet. Aber grundsätzlich können wir mit der Navigation ein paar wichtigere Sachen machen, die man relativ häufig braucht. Und zwar einmal, das kann ich einfach kopieren, Navigation und dann sagen wir Position. Und hier können wir jetzt beispielsweise sagen Left. Was heißt, wir möchten das Ganze jetzt auf der linken Seite haben. Und dann ändert sich einfach die Position. Ich finde persönlich allerdings Right deutlich angenehmer. Deswegen schiebe ich es lieber auf die andere Seite, weil meistens der Text hier einfach wichtiger ist. Und dann stören diese Punkte hier an der Seite. Das nächste, was wir auch mit Navigation machen können, ist im Prinzip Navigation. Und dann sagen wir Tooltips. Weil es gibt nichts Wichtigeres, als dem User zu vermitteln, wo er sich gerade befindet, sodass niemals die Frage aufkommt, wo bin ich gerade. In unserem Fall brauchen wir hier wieder im Prinzip ein Array, wieder ein String und sagen hier Section 1. Das Ganze schließen wir jetzt hier hinter mit einem Komma und kopieren uns das Ganze einfach jetzt in unserem Fall einfach zweimal. Was heißt Section 2 und Section 3. Aber jeder von euch, der aufgepasst hat, sieht, dass er hier vier Sections hat. Was heißt, wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere und hier drüber gehe, sehen wir Section 2, Section 3. Aber hier ist nichts mehr. Was heißt, das geht automatisch die einzelnen Sektionen durch. Und man muss halt hier darauf achten, dass man auch wirklich die Sektionen alle hat, die man haben möchte. Beispielsweise Section 1, 2, 3, 4. Und so ist praktisch die Navigation des Nutzers gewährleistet. Das sind so grundsätzlich die Basisfunktionen dieser Library. Allerdings gibt es zwei richtig coole Funktionen, mit denen ihr diesen ganzen Effekt richtig aufpimpen könnt. Und zwar sagen wir hier jetzt Afterload. Und Afterload ist eine Function. Das heißt, das ist ein Event-Trigger, an den wir im Prinzip zwei Links übergeben können. Einmal Links, dann Index und die Raction übergeben wir im Prinzip. Das Ganze können wir jetzt einfach laden. Hierunter machen wir ein Komma. Und sagen jetzt hier als erstes Console.log. Sagen hier Enter. Das Ganze können wir natürlich noch, ja, in Klammern negativieren. Und sagen hier im Prinzip OnLeave. Und sagen hier einfach Quit. Das heißt, wir haben jetzt einfach zwei Befehle gemacht, wenn wir im Prinzip eine dieser Boxen verlassen. Das Ganze untersuchen wir jetzt mal, gehen hier in die Konsole, scrollen hier runter. Wir sehen, es hat gequittet und geentert im Prinzip. Und das Ganze funktioniert jetzt jedes Mal, wenn wir im Prinzip in eine neue Section gehen. Aber vielleicht will man gar nicht immer in eine neue Section gehen, sondern nur bei bestimmten Events machen. Also irgendetwas ausführen. Das können wir einfach machen, indem wir sagen, if dann Index 2. Das heißt, sobald in diesem Fall die zweite Sektion gewählt ist, soll etwas ausgeführt werden. In unserem Fall soll einfach Enter ausgegeben werden. Das Ganze mache ich jetzt hier unten auch noch einmal und sage hier wieder Quit. So, das Ganze aktualisiere ich jetzt. Zack. Und wenn ich jetzt runtergehe in Sektion 2, das hat nicht funktioniert, und zwar müssen wir hier jetzt nicht nur Index übergeben, beziehungsweise nicht Anchor Link, sondern wir übergeben hier jetzt auch noch Next Index. Aktualisieren das Ganze. Machen das Ganze runter und haben jetzt hier immer noch irgendeinen kleinen Fehler drin. Ah, okay. Natürlich. Wir müssen hier das Next hinter den eigentlichen Index machen. Jetzt sollte das Ganze wunderbar funktionieren. Aktualisieren wir das Ganze mal. Wenn ich jetzt in Sektion 1 bin, ich gehe jetzt in Sektion 2, bedreht es als erstes, also Enter, und jetzt verlasse ich Sektion 2, jetzt kommt Quit, und wenn ich Sektion 3 verlasse, passiert gar nichts. Jetzt funktioniert es. Genau so sollte es sein. Und jetzt können wir nämlich etwas machen, und zwar können wir hier drin Events triggern, beispielsweise. In unserem Fall habe ich hier ja eine H3 in jeder dieser Sektionen. In diesem Fall habe ich eine mit der ID Headline. Diese sprechen wir jetzt hier drin an. Was heißt, wir sagen jetzt, sobald ich das Ganze lade, möchte ich in diesem Fall Headline ansprechen und sage hier, ich möchte die Headline anzeigen. Einfach mit Show, weil die ist hier auf Display None gesetzt. Mit Show zeige ich die jetzt im Prinzip. Und wenn ich jetzt runterscrolle, dann wird die angezeigt. Das Ganze können wir jetzt natürlich noch wieder hier runter machen und sagen hier Hide. Was heißt, wenn ich runterscrolle, wird die Überschrift eingeblendet. Wenn ich rauscrolle, ist sie wieder weg. Wenn ich einscrolle, ist sie wieder da. Was heißt, so könnt ihr beliebige Animationen aufbauen, beispielsweise auch mit CSS3. Was heißt, dass ihr hier zum Beispiel Klassen triggert. Also einfach Klassen mit einem Toggle-Befehl hinzufügt und wieder wegnehmt, sodass sich Elemente einblenden, animieren und so weiter. Und damit kann man wirklich coole Sachen in Klammern entwickeln und bauen. Und deswegen lohnt sich ein Blick in diese Library auf jeden Fall. Und schaut einfach mal unten in der Videobeschreibung vorbei und gebt die Library bzw. den Entwicklern einen Daumen hoch. Ansonsten viel Spaß beim Nachmachen. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt oder einfach nur up-to-date bleiben wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr Twitter, Facebook, Instagram. Dort könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr dort auch Amazon Affiliate-Links, wo ihr einfach vorbeischauen und irgendwas kaufen könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald. Ciao.